Hallo Herr Doktor Schurig, hier ist Julian Reichelt von BILD. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Ja, wunderbar, natürlich, nach gestern. Also ich kann Ihnen jetzt offiziell mitteilen, jetzt sind Sie auf jeden Fall Millionär. Ja, jetzt ist auf jeden Fall was Neues. Wir freuen uns sehr für Sie. Wo erwischen wir Sie gerade auf dem Tennisplatz? Ja, wir sind noch am Gardasee im Urlaub und wir haben einen ganz schlechten Urlaub am Tennisplatz im AGTG. Großartig, Sie müssen uns jetzt noch einmal erklären, woher dieser tiefe Fußball-Sachverstand kommt, dass Sie tatsächlich so richtig gelegen haben. Ja, natürlich liegt das wahr, dass ich seit Jahren Abonnent von der Sportwelt bin und natürlich alle Insider-Informationen habe, um dann eben auch das eine oder andere richtig hinzukommen. Großartig. Und Sie haben das gerade gesagt, Sie haben das live verfolgt, also Sie wussten gestern, wenn Frankreich gewinnt, dann gewinnen auch Sie. Ja, ich wusste, wenn der Tages-Tipp richtig ist und ich hatte getippt, innerhalb von 90 Minuten, dass es dann wahrscheinlich reichen wird. Ich hatte vorher halt mal geguckt, was haben die anderen so getippt und insofern haben wir das Spiel nicht mehr gießen können, sondern nur gehofft, dass es in 90 Minuten geht. Mit wem sind Sie am Gardasee? Mit meiner Frau und mit vier Kindern. Großartig. Und konnten die es fassen? Ja, ja. Die drei Großen, die haben ja mitgetippt und mitgesiebert und haben aber gesagt, nicht den Tipp ändern, nicht den Tipp ändern, aber ich habe es zum Glück nicht gemacht. Sensationell. Und wie haben Sie dann gestern Abend gefeiert? Wir sind hier essen gegangen, auf einer wunderbaren Terrasse mit Blick auf dem See. Und wir Erwachsenen haben uns ein bisschen gewöhnt und es war sehr, sehr schön. Sensationell. Sensationell. Ja, das glaube ich. Ja. Herr Dr. Schurig, wir hätten dieses Gefühl auch alle gerne hier. Ja, das war wirklich, also, abgesehen davon, dass es schwer an sich war schon interessant, weil man eben nicht ergeblich sehr getippt hat, sondern eine ganz andere Perspektive auf die Spiele bekommen hat. Und so mit zunehmender Dauer der WM ist es viel spannender geworden und man kann nicht mehr gewinnen, sondern weiß ich nicht, wer hat der Ballbesitz, wer wird wann eingewechselt. Und es hat unendlich viel Spaß gemacht. Also, Dr. Schurig, ich gratuliere ganz herzlich. Sie sind tatsächlich der erste Mensch in der Geschichte von BILD, der bei BILD und mit BILD eine Million Euro gewinnt und mit BILD zum Millionär wird. Und das auch noch mit unserem wundervollen Thema Fußball. Wir freuen uns ganz wahnsinnig für Sie. Wir freuen uns, dass Sie das mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau und Ihren vier Kindern da jetzt ausgerechnet noch im Urlaub erreicht hat. Und wir hoffen, Sie bald hier in der Redaktion begrüßen zu dürfen. Wann ist Ihr Urlaub vorbei? Bis zum nächsten Wochenende hier am Gardersee. Bis zum nächsten Wochenende. Genau, Samstag fahren wir zurück. Großartig. Dann erwarten wir Sie hier, sobald Sie wieder zurück sind. Und das Geld erwartet Sie auch hier. Super. Klasse. Wunderbar. Wenn Sie sich den Kollegen wieder bei mir befügt, der weiß oder so. Ganz genau, der meldet sich wieder. Und falls er sich nicht meldet, ist irgendwas faul, dann rufen Sie auf dieser Nummer an. Und wenn er sich dann immer noch nicht meldet, dann rufen Sie an und fragen nach Julian Reichelt. Dann hat er versucht, sich abzusetzen mit dem Bild. Dann kümmere ich mich drum. Dann fangen wir ihn wieder ein. Danke Ihnen. Danke fürs Mitmachen. Guten Start die Woche. Danke. Das wünschen wir auch. Danke. Alles Gute an den Gardersee. Schönen Urlaub noch. Tschüss. Guten Abend. Das ist doch toll. Perfekter Lese.